Terror und Drescher Los geht's Leute! Bei uns im Studio ist heute Susan, gibt Gas! Hier sind sie wieder Terror und Drescher aus jeder Box auf jedem Rechner Wir können auch wenn du jetzt sagst, dass die erste Druck nicht so 100% Wenn du jetzt merkst, du bist besser drin, dann können wir auch die erste nochmal machen, ne? Hier sind sie wieder Terror und Drescher aus jeder Box auf jedem Rechner Sie sind nicht wie andere Rapper Es ist wieder Zeit für eure Retter aus jeder Box und Drescher aus jeder Box auf jedem Rechner Sie sind nicht wie andere Rapper Es ist wieder Zeit für eure Retter Geil Die Sonne scheint, ich brauch jetzt ein Lecker, lecker, njam, njam Ja Leute wieder mal Terror und Drescher Zeit Heute sind wir hier beim Fotoshooting für unser CD Cover zum neuen Album Der Ritter erklärt uns jetzt mal, was wir hier machen Also wir wollen ein neues Album machen Zwei, also so ein bisschen Kann ich Album Titel sagen? Ja klar Also das Album heißt Zwei vom alten Schlaf Zwei vom alten Schlaf Zwei vom alten Schlaf Ja, also es gibt ja diesen Film mit Sylvester Stallone und Robert De Niro Es geht halt um zwei Boxer, die noch mal einen großen Kampf gegeneinander bestreiten wollen schon in hohem Alter Und ja, wir fanden die Ideen ziemlich cool und haben dann so gedacht, das passt auch so zu uns Und da wir beten das dann auch schon weit über 10 Jahre machen Und haben wir gesagt, naja, machen wir so ein bisschen eitel und gebrechlich, Krankenhaus-Style Also eh noch Rollstuhl, eh noch so ein bisschen an Krücken und dann noch so ein bisschen bekloppt ist, ja? Bekloppt können wir gut Und lass uns das Cover mal nachstellen Na? Ja, und das ist die ganze Idee hinter dem Fotoshooting heute Dass wir im Endeffekt die zwei alten Rapper nochmal den letzten Kampf aufnehmen und zwei vermeiden den Schlag halt Tja, gewöhnt dich schon mal dran Oh Mann, was ist das denn? Oh Mann, was ist das denn? Oh, ne Ja, ne Ja, wieso stell ich dir vor? Ist doch fies, ne? Schwester Eurega Ich muss zum Klub Das ist doch Doktor Schnack jetzt Wenn die Hüffeln den Stock Doktor Schnack jetzt Doktor Schnack jetzt Doktor Schnack jetzt Sie will jetzt Da hat das immer so gut Stopp so Der ist so gut wie groß wenn die von den Elsterbremsen Meiner, Meiner jungen ja Ich bin Klub getragen Ich mach das immer ein bisschen nervös, dass ich hier so drunter gucke. Naja, ich kann doch nicht mehr. Das Ding ist doch nicht länger. Das Ding ist nicht länger, aber zum Glück.